Berner Nelkenmeister Unbekannt Die Predigt des Johannes vor Herodes um 1490 Auf einer Kanzel am linken Bildrand steht Johannes der Täufer in einem roten Mantel und wendet sich mit erhobenem Finger an den vor ihm thronenden Herodes und dessen Gefolge. Der König trägt einen schweren, goldenen Brokatmantel und hält in der Hand ein Zepter. Im Schriftband steht auf Lateinisch die Mahnung, die Johannes an den missmutig vor sich hinblickenden König Herodes richtet. Nun licet tibi habere uxorem fratris tui. Was heißt, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Johannes tadelt mit dem Zitat aus dem Markus-Evangelium Herodes wegen seines Verhältnisses mit Herodias, der Frau seines Bruders. Diese sitzt zur Linken des Königs auf einem Kissen am Boden, ein Hündchen auf dem Schoß. Rechts von ihr ist in Rückenansicht möglicherweise ihre Tochter Salome dargestellt. Die Holztafel mit der Darstellung der Predigt des Johannes bildete einst die Innenseite der oberen Hälfte eines Flügelaltars, auf dem die Geschichte des Täufers in acht Szenen erzählt wurde. Sieben davon sind erhalten geblieben, vier der Tafeln befinden sich im Kunstmuseum Bern. Sie zeigen nebst unserer Szene die Verkündigung an Zacharias, die Taufe Christi im Jordan und, auf der Rückseite unserer Herodes-Szene, die Namensgebung des Johannes. Johannes gilt als wegbereiter Christi und erregte als Prediger in der Wüste den Argwohn des Herodes. Die in unserem Bild dargestellte Szene, in der Johannes Herodes wegen seinem Verhältnis mit Herodias öffentlich bloßstellte, brachte den König dazu, Johannes ins Gefängnis werfen zu lassen. In der Folge wünschte sich Salome, angestachelt durch ihre Mutter Herodias, als Dank für ihren Tanz vor dem König die Enthauptung des Johannes. Die Figuren auf dem Bild sind detailreich und gut beobachtet wiedergegeben. Ihre Aufreihung und der Goldgrund im oberen Teil sind charakteristisch für die spätmittelalterliche nordalpine Malerei. Der Maler des Johannes-Altars gehörte zur Gruppe der sogenannten Nähkenmeister. Diese signierten ihre Werke jeweils mit einer roten und einer weißen Nähke. Auf unserer Tafel liegen sie gut sichtbar am Boden in der linken unteren Bildecke. Wandbilder aus der Werkstatt der Berner Nähkenmeister finden sich in Bern unter anderem in der französischen Kirche, die ursprünglich zu einem Dominikanerkloster gehörte. Dort war Johannes dem Täufer eine Kapelle geweiht, in der möglicherweise der Altar, zu der unsere Tafel gehört, aufgestellt war. Besuchen Sie das Kunstmuseum Bern und sehen Sie die Werke im Original. Und laden Sie unsere Gratis-App Museen Bern aus dem App Store herunter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017